So, wir brauchen erstmal nur 1, 2 Stück. 2, da haben wir 3. Dann, Stein, haben wir hier, haben wir den und wir haben den Recycler, keine Ahnung was der macht. Wir bauen den trotzdem mal hier auf. So. Und Glunzen. Scrapboxes, ok. Was kann man damit machen? Oh. Äh. Lul. Ernsthaft. Wow. Zeug was ich schon immer haben wollte. Elektroblend kommt da rein. Blumengedöns kommt da rein. Holz da und das da. Ähm. Weiter geht's. Ja. Vakuumfreezer. Ähm. Stahlplatten. Stahlplatten. Sagt mir jetzt nicht, wir haben keinen Stahl. Das wäre sowas von Shit. Hier haben wir noch ein paar Stahlplatten. Wir haben tatsächlich keinen Stahl mehr. Ja. Okay. Wir haben Stahl. Ich sammle die Feuer ein. Ha! So, die Stahlplatten haben wir, wir brauchen das da. Das, 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 Extractor, Extractor, davon haben wir noch 2, dann kann ich die Platten erst mal wieder ausnehmen, 2 Extractor, Basic Machine Frame und das da, Sticks und Locks. 4, ich brauch aber 8, ähm, ich hab doch hier in meinem Baumaterial den Zeug bestimmt noch was. Nehmen wir das hier. Ähm, 4, so. Hallo? Das, das, ähm, da sind die Platten, äh, hier oben das, davon muss ich noch welche herstellen, ein Redstone, Glowstone und Lapis, Glowstone hab ich im Gepäck. Ähm, Lapis, Glowstone. Oh, Moment mal, ich muss erstmal von den anderen welche herstellen. das, 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 so. Das kann dauern. Dann, so, 4 Stück, reicht erstmal, den Rest mache ich dann später. Äh, Glowstone, Redstone, das, das Gold kommt hier raus. Da kommen die Teile rein und jetzt brauche ich wieder dieses wunderschöne hellblau leuchtende Gedöns. Ja, Energie reicht momentan vollkommen aus. 4 Stück und dann muss ich noch das Glas herstellen. So, das nehme ich jetzt hier mal raus. Das brauchen wir jetzt nicht. Das und Glas, 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 Glas. Es geben bestimmt nur Blöcke, sage ich ja. Und da haben wir den auf jeden Fall schon nochmal. Äh, hallo. So, Reinforced Machine Casing. Reinforced Machine Casing. Standard Machine Casing. Leck mir die Füße. Ähm, ähm, ja. Und Stahlplatten. Ähm, das, 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 das. 6, 12. Wie viel muss ich denn herstellen? 9er. Ähm, 60, 54. So, 54. So, 54 Platten. Dann brauche ich, ach du Heimatland. Und. Ja. Noch, ich sag nix dazu. Äh, Kupfer, Gold, Redstone. Und. Und. Das da. Warum habe ich jetzt 6 so ein Glas gemacht? Bin ich bescheuert? Was soll's. Was soll's. Ah, da, 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 da. Der Palle ist drauf. Hm. Hat der was geschrieben gehabt? Äh, ne. Gib mal was zu futtern her hier. Ei, 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 ei. Das kann was werden. Wenn wir das mal 9 brauchen. Das heißt, ich brauche 9, ich brauche 18 Stunden. 8 Stück von diesen anderen Dingern. Ich brauche 18 Stück davon. 18 Stück davon. 18 Stück davon. Hier brauche ich dann auch. Oh, warte. Moment mal. Äh. Okay. Wir gucken mal. Vielleicht reicht das sogar alles aus, was wir haben. Es fehlt Redstone. Ernsthaft? Es fehlt Redstone. Ernsthaft? Es fehlt Redstone. So. Ähm. Hier das. Da. Das. Da. Das. Ja. Das. Genau. Jetzt brauchen wir Reinforced Eisen. Wir können mal Tinder hinten reinhauen. Wenn ich hier hochkomme. hier. Wenn ich nicht runterfallen würde. Wenn ich nicht runterfallen würde. Machen wir so. Ähm. um. Basic Machine Frame. Ja. Ja. Das hauen wir erstmal hier jetzt mit rein, das pulverisierte Aluminium kann nach hier hinten. Das wäre fertig. Das auch. Jetzt muss ich überlegen. Davon brauchen wir neune. Wir kriegen davon zwei Stück. Jeweils sechs Platten. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Und dann hauen wir gleich nochmal ein Stack durch. Ich sage mal, das ist hier mit allem verbunden. Ja. Ja. Das wieder rein. Warum habe ich Rubber? Okay, die waren auch von vorhin. Das kommt wieder da rein. Der Dreck kommt wieder da rein. Das erste Mal da rein. Und der Stein erstmal wieder da rein. Dann können wir uns das Schmelz noch ein bisschen befeuern. Kupfer rein. Ball rein. Aluminium, Nickel. Gold. Warum gehst du nicht weiter? Ah, ok, du brauchst Wasser, Nickel, äh, Aluminium, so, unsere Stanz ist auch fertig. Oh Gott, äh, hier, ich hab ja zwei Stück davon. So, fünf Stück brauch ich davon. Drei, vier, fünf. Äh, äh, Mann, Mann, Mann. Fünfe davon und dann jeweils fünfe hier rein. Shit, ich hab da doch schon eins drinne. Vier, fünf, damit zehn Stück. Neune brauchen wir dafür. Und neune davon. Ähm, das wird hier, glaube ich, nicht ausreichen. Wir kommen nur auf sechs Stück. Oh, erst mal bequem hinsetzen hier. So, da bist du wieder. Und? Was und? Gut. Ich bin... Ach, schön wär's. Die Maschinen fressen jetzt so viel Ressourcen, ne? Strom oder Ressourcen? Ressourcen. Damit doch eigentlich dachte ich genug. Hahaha. Oh Gott. Ich will's schon gar nicht hören. Da bin ich echt froh, dass du die Scheiße machst. Weil dazu hatte ich immer beim Atmen schon keinen Nerv. Das ist auch zeitintensiv hier gerade. Ich brauche halt... Ach du Scheiße. Neune. Da sind dann sechse. Dreie. Ich brauche noch zwölf dann von diesen Dingern. Ach Gott. Kannst du denn, dass der Mascher immer noch arbeitet? Ich habe neu reingeschmissen. Und irgendwas frisst derbe viel Strom. Ja. Hier. Unser... Der... 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 Industrial-Electro-Anneleiter. So. Ach... Ja... Aber eh ne Quest hatte ich fertig gemacht. Ne. Es lag... Ich brauche nämlich... Ja. Leider. Scheiße. Hehehe. Redstone... Gold... Kupfer... Silikon. Und davon habe ich nichts mehr. Ein Stack... Gold... Ein Stack... Redstone... Ich habe dann noch ein Stack Pulverized Nickel im Inventar. Was ich reinhauen wollte. Also... Na ok. So... Ähm... Redstone... Das andere. Das... Hier kommt... Dann... Warum... Alles in der Welt gibt es Scrapboxen. Ja... Mach mal... Äh... Wenn du die in der Hand hast... Rechtsklick. Ja... Ja... Sag ich nichts zu. Teppich... Schaufeln... Ein paar Goldöpfel... Das war's. Mh... 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 Oh... Jetzt muss das wieder zu Platten gestanzt werden. Ich... Könnte... Ey... Ich... Könnte... Kotz... Kotz... Äh... Ich brauche schon wieder Reinforced Iron. Ey... Das kann doch nicht sein. Ich brauche immer noch meinen Lieblingen Namen Stahl. Ja... No... Ähm... Hm... Was... Ja... Guck mal wie viel Stahlplatten ich herstellen durfte für eine Quest. Ich hasse dich. Da sind aber noch 8. Ich hab sie dir hingeschmissen. Ja... Was soll ich mit Stahlplatten? Nee... Das ist normal Stahl. Okay. Ich muss einfach mal jetzt wieder schauen... Was ich denn da alles brauche. Ich brauche Latex. Ah... Mann ey... Ah... Mann ey... Dann... Beende ich die Folge jetzt erst mal hier und... Bereite soweit alles vor. Ja... Na gut... Ey...